Meine Biografie Meine Biografie ist 20 Jahre alt und besucht das Gymnasium. Ich habe in Los Realejos die Primarschule und in San Juan de la Rambla das Gymnasium besucht. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Ich war eine gute Schülerin. Und nach dem Gymnasium habe ich die Universität in La Laguna besucht. Ich bin in keinem guten Beruf, aber jetzt bin ich arbeitslos. Ich lerne Englisch und Deutsch in der Sprachschule. Ich bin im vierten Englisch-Kurs und im zweiten Deutsch-Kurs. Wenn Sprache lerne, ich sehe ein bisschen für mich. Ich reise gerne. Ich bin nach London, New York und Barcelona gegangen. Aber ich möchte Paris, Berlin oder Italien besuchen. Ich bin in einer Tanzgruppe und ich bin Tänzerin. Ich habe meine Freundin im Gymnasium kennengelernt. Wir sind zusammen seit acht Jahren. Mein Hobby ist Rennwagen. Mein Traum wäre in der Automobilindustrie zu arbeiten. Ich möchte auch in einem Geren fahren. Aber zuerst möchte ich mein Studium fortsetzen. Und jetzt in einem Geren fahren. Dann wieder öffnen. Ich bin in einer Tanzgruppe. Und dann wieder öffnen.